Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. So Freunde, wir gehen jetzt rein in die Sauna. Mach mal hier an den Aal. Warte, darf ich da mal rausschneiden? Ich bin hier reingelaufen, weil ich die Kilo wusste. Oder wir machen nur das Sauna-Licht an. Nein! Scheiße, ich hab's nicht. Mach auch Kärchen an. Okay. Haben wir Feuer schon? Boah! Okay Freunde, in den Spaß gehen wir jetzt gleich rein. Mach ich jetzt an hier, ne? Ja. Ihr müsstet wissen, wie es geht. Ihr habt es schon mal gemacht. Wieso? Soll ich halten, oder willst du... Soll ich drauf? Ja, mach einfach mal. Sauna. 85, yalla. Ja, Sauna, 85 Grad ist gut. Oh, Licht auch. Ja geil. Alter, man kann sogar... Guck mal, da ist Musik irgendwas. Ja, da spielt so... Sieht man da überhaupt irgendwas? Oh, hier war da... Ach guck mal, hier drin. Schau mal hier drin. Sehr leise. Hier läuft so eine Mucke. Auf so eine Entspannung, ja mach aus, die Scheiße. Wir machen uns Box an oder so. Ich mach gleich gerade Musik. Du krasser Wollerf***er. Digger selber. Boah, hier mit Perse... Jan, wir gehen nicht Nacki-Dye rein, wir gehen mit Wardehose. Wegen Stream halt. Würdest du sonst nackt gehen? Klar, safe. Das sind die Öle, die du nehmen kannst, ne? Was haben wir denn für Öle? Die links, die Öle schmecken nach Asch. Oh, riechen nach Asch. Lemongrass. Lebende Freude. Ach nee, Lebensfreude. Ey, hier ist Lebensfreude. Boah, das bräuchte. Gib, gib, gib. Bitte, bitte gib. Gib. Oder chill. Gib free. Oh, das macht Lebensfreude, glaub ich. Wirklich? Lass es nicht trinken, ja. Aber okay. Bruder chill. Ich bin immer noch traurig. Nein, das ist so schnell geht es nicht. Bro, du musst aber erst mal in die Sauna. Link. Oh mein Gott. Ey, aber Lebensfreude finde ich eigentlich ganz nice. Riecht ganz gut. Ja, ich auch. Aber man kriegt halt nicht so viel. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, so eine Badewanne ist so gold, ne? Digga, ich schwöre dir, ich hab eine halbe Stunde gebraucht, bis sie voll war. Bruder, also das ist wirklich, also, das ist der Dream hier. Also wirklich, dieses Badeszimmer. Das ist Traum, Traum. Ja, Mann. Das ist Traum, ja. Real Talk. Noch ein Jahr, dann hast du es. Ja. Hast du recht. Nee, aber Real Talk ist, also, man muss ja auch erst mal das, die, man müsste das ja selber bauen. Das gibt es ja voll selten so direkt schon in der Wohnung. Naja, du musst ja bauen. Und ich baue ja kein Haus in Köln, Digga. Wer bin ich denn? Was für Köln? Du wolltest ja auch hier, nenne ich Schweiz. Ich kann ja nicht nach Österreich ziehen für immer. Hä? Du wolltest noch, ich gucke, mein Traum ist ein Haus irgendwo, wo ich wohne und ein Haus in Österreich. Ja. Auf Chilo. Ja, bei mir auch. Ist halt sehr luxus, also es ist halt sehr bonsig, zwei Häuser sich zu wünschen. Ja, aber man muss deine Ziele hochstecken, weißt du? Und dann keine davon erreichen. Let's go. Würdest du sagen, das Finanzamt hat bei dir auch die Ziele sehr hochgesteckt? Ja, haben sie. Ey, ich würde ganz gerne, dass du nachher hier so badest. Und ich würde dich dann hier so ein bisschen massieren einfach. Mit so einem Schwamm würde ich dich so einmassieren. Ja. Wir machen. Ey, gehst du wirklich baden? Wehen? Wir gehen. Die Badewanne ist ja übel groß, Digga. Da passen ja easy. No-Job. Ich würde ja easy, wir würden ja easy zu zeigen. Ja, ich gebe wie lange rein. Guck mal hier, warte. Guck mal, i, also das ist ja no zum Problem. Wir gehen zu dritt rein. Digga, wir können da zu dritt, zu viel. Guck mal, ich könnte dir hier so einen Footjob geben. Komm, drach fließen drauf. So. Oh, ja. Komm auch, komm auch. Komm auch rein, du würdest auch easy rein. Wir kommen in die Lücke jetzt. Das war safe noch in die Mitte. Bruder, wir können easy zu dritt rein. Ja komm, setz dich rein. Das ist so Drachenbootrennen mäßig. Das ist so, das ist so... Also jetzt müssen wir noch so diesen hier machen. Bitte bleibt schon mal drauf. Oh, 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 oh. Ey, und jetzt Wasser anmachen. Oh nein, nein, mach mal nicht. Oh mein Gott. Du wärst ja genauso, jetzt genauso gef***t. Warte mal an, warte mal an. Nein, 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 wirklich, wirklich. Ja, doch, mach dann. Ist mir egal. Wird's geil, wie Maik es versucht hat und dann aufgegeben hat. Ja, wirklich. Ist mir egal. Was das Ding ist? Warte mal an. Du hast ja... Komm mal ran, mal ran. Wie das Schwanz ist mir ein bisschen zu da. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Was? Oh nein, wo du Hose. Hugo hat sich selber voll gespritzt, Digga. Wow, wow, wow. Was hast du gerade gesagt? Du hast sich voll gespritzt mit dem Wasser. Ey, willst du schon mal Wasser einlassen? Ja, Bruder, so... Die Sauna dauert länger. Ich glaub nicht. Wolla? Das ist meins. Nein, nein, nein. Wir zwei können nicht. Ja. Wo ist der andere Schlüssel? Wo ist der andere Schlüssel? Der ist wahrscheinlich doch bei der Hose. Was ist das hier? Wo? Das ist so ein Badezeug. Ich hole, ich hole. Aber wir haben nicht irgendwie so eine Badekunkel oder so, ne? Kannst du aber auch. Komm, wir machen den Lebensfreudeaufflust. Davon kannst du sicherlich ein bisschen gebrauchen wieder. Ist er das hier? Ja. Der riecht echt gut. Ist so Zitrone-mäßig, so eine Limette oder so. Er ist geil, ne? Ich hab halt keine Badehose. Jetzt was machen wir? Unterhose und Handtuch. Ich weiß halt nicht, was ist, wenn wir Unterhose zeigen aus Versehen? Ist das dann legit? Wir können ja Unterhose machen und dann trotzdem noch so... Handtuch. Ja, das ist der Plan, ja. Und dann, wenn halt mal, ups, ich hab mein Handtuch verloren, dann sieht man halt die Unterhose. Am besten wäre halt eine Badehose. Aber ich hab die vergessen. Ich hab die auch nicht. Hugo meint, der hat eine kurze... Ey, Hugo? Ja? Kannst du deine kurze Hose mitbringen? Was? Kannst du deine kurze Hose mitbringen? Ja. Danke! Hast du noch eine? Nein! Kevin, allgemeine Frage, sollen wir die hinterherräumen? Dass es so ein bisschen clean alles ist oder nicht? Nur so als... Ne, müsst ihr nicht machen. Okay, weil da liegt deine Jacke. Ach so, oh. Ja, ich hab die auch schon sehen. Ich hab die auch schon sehen. Müsst ihr nicht machen, also wär aber schon live. Müsst ihr nicht, aber macht gerne. Chat, ich sag euch, das wär ein geiles zwei Wochen, Bro. Ihr solltet das nicht verpassen. Wir werden jeden Tag live sein. Wir werden alles geben, dass das Internet überall funktioniert, Bro. Wir werden uns den Arsch aufreißen, euch hier guten Content abzuliefern. Ihr solltet die Scheiße nicht verpassen. Stimmt's? Hast du gerade meinen Namen nicht gesagt? Ja, stimmt's. Aber du wolltest das Stimmsten? Stimmsten? Du musst mein Name nicht sagen. Schon Wieland sagen. Hättest du nicht gefragt, hätte ich's nicht gesagt. Guck mal, jetzt bist du verletzt. Weißt du? Jetzt bist du verletzt, Mike. Wer hat das einfach nass hier reingeschmissen? Hugo. Ja, das war Hugo. Guck, dass man sich hinterher räumt. Ich glaube, wir müssen während Hugo... Oh mein Gott, ich hol mir einen Bademantel, oder? Guck, warum hast du das Wasser reingeschmissen? Digga, ganz kurz, ganz kurz. Der geht doch öfter in die Sauna. Bude, der. Junge, jede Chance. Der geht doch öfter. Ey, willst du schon mal Wasser einlassen? Bro, klassischer Sauna-Gänger hier. Digga, finster Sauna. Weltmeister. Aber häng die doch auf. Ja, ich dachte, man stack das zuerst. Und dann verschwinden die einfach. Bei mir zu Hause, die spawnen die immer. Ja, wir haben Bro. Okay, sag mal, hast du hier schon reingespritzt, Bruder? Ähm... Ja, ne? Aber es ist gewaschen, oder? Ja, es ist gewaschen. Ja, ist okay. Passier, Bruder. Passier den besten. Ich dachte grad, du willst... Ich kann auch mal ran. Jetzt gleich. Was ist hier? Ist hier das Schlüsselbein? Das ist das... Boah, da hab ich gekämpft. Was ist da? Das kam von einem Kampf. Wie? Ich war in einem Wald und dann war da so... Ich dachte damals, es wäre ein Fuchs, aber es war ein Wolf. Digga, du hast mit einem Wolf gefightet? Ja. Ja. Nein, du laufest scheiße. Du laufest scheiße. Du laufest scheiße. Ja, das ist Schlüsselbeiner, he? Ja, auch scheiße. Wegen dir, wegen dir hab ich das. Checkst du was? Was für wegen mir? Ich hab dich eingeladen zu meinem Scheiße-Event, Bro. Ja, und? Und bin ich jetzt verantwortlich dafür? Wärst du nicht gewesen, wär das nicht gewesen. Junger Mann, wie redest du mit deinem Vater? Du bist nicht mein Vater. Nicht mehr. Aber ich könnte dein Lava sein. Geht jetzt, geht jetzt. Ich könnte dein Lava sein, Bruder. Auf einmal ist Mike wieder hier. Guck mal, auf einmal ist Mike wieder hier. Das ist keine Scheiße. Wir wollten dich testen und du bist reingefallen. Ohne Scheiße. Ja, ich wollte ihn testen. Ja, ich zieh mich jetzt. Digga, irgendwer hat gefurzt. Irgendwer hat gefurzt. Mikey, Mikey. Boah. Oh mein Gott, ihr riecht so widerlich, Digga. Bro, ist das krank. Ist das krank, Bro. Der gestern auch schon so krass. Bro, das ist krank. Ich musste fast auf den Kotzen, der jetzt war richtig krass. Ja, das war ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schriecht geil aus? Ja. Danke. Geht dir auch Schnee danach? Nee, weiß ich nicht. Pinierst du eigentlich? Ich? Ja. Sehe ich wirklich so aus? Schon sexy, ja. Retalk? Voll krass, ja. Nee, ich muss jetzt Chat dafür gucken. Du verarschst mich. Nein. Boah. Oh mein Gott. Film nicht, film nicht mein spätische Chef. Oh shit. Du musst deine Mütze anbehalten. Kann man nicht mit einer Mütze in die Sauna, Bro. Ja, aber jetzt für jetzt. Das sieht cooler aus. Ja? Okay, warte ich wohl. Du siehst aus wie Österreicher dann. Ja. Ist okay, sehe ich aus, als wäre ich trainiert. Digga, ich seh... Komm mal an, ich komm mal an. Bro, ich kann nicht. Komm an. Ich kann nicht. Wie fühlt ihr hier? Boah, das sieht aus wie Kämpfer. Ich mach mal beide an. Oh mein Gott. Stabil. Die stärksten Männer des Planeten haben sich versammelt, um diese Sauna auseinanderzunehmen. Zweimal Bizeps. Boah. Warte mal. Kanone, Digga. Ja scheiße, was das ist. Stabil. Wow. Wow. Das sah gekonnt aus. Das sah gekonnt aus. Knossi-Körper schon, ey. Was ist das? Geben wir... Was für Knossi-Körper, Digga. Wer von uns? Wer von uns? Alle drei, schreibt da einer. Drei Knossis. Digga, chill, Bro. Chill. Gehen wir nach Sauna in den Schnee? Das ist krank, Alter. Wir gehen erst in die Sauna. Okay, wir gehen erst in die Sauna. Und dann gehen wir in den Schnee raus. Das ist der Plan. Ja. Und dann hier? Ja, hier geht in die Wadewanne. Ja. Und dann in den Schnee. Und dann machen wir das mit Cam. Wir stellen die hier so hin. Oder einer muss sich auch von den Kameramann machen. Du musst bezahlt. Ja, du musst es wedeln, ne? Nee, ich kann auch. Die hätten die Gelbe bezahlt, um Aufrüst zu machen jetzt. Digga. Ich weiß nicht, ob man uns hört. Soll ich nochmal testen? Noch Wasserwärme her? Hast du ganz warm gemacht? Oh mein Gott. Man, da hört alles halt leise, ne? Ja, da hört man es warm. Wir können auch DJI-Mics irgendwo reinpacken. Ja, wir können nicht irgendwo rum rein. Das ist brennt. Wachen wir mal. Guck mal. Na ja, man hört gar nichts. Jetzt besonders mit dem... Das hört man nicht. Mach mal kurz aus. Mach mal kurz aus. Oh mein Gott. Hey, wir können auch Wireless-Mic da rein. Wir könnten Wireless-Mic testen. Boah, was? Das geht auch kaputt. Nein. Ist hier der Kante? Ist hier der Kante? Has someone called the motherfucking Sauna action? Oh mein Gott. Alter, du bist so ein Auffahrt. Wiener, du bist so ein Auffahrt. Ich war's. So, bitte. Bist du nach? Ja, ich bin schuld. Willst du nicht helfen? Ja, doch. Aber dann mach ich alles was. Hier, hopst. Oh, hopst. Hier, hopst. Hopst. Hier, gräts man hopst. Was ist das? Kokosnuss. Kokosnuss sitzt mit Crocs in der Sauna. Ey, Bruder, du brauchst noch Handtuch. Du brauchst noch Handtuch. Und noch nicht rein. Noch nicht rein. Scheiß, Rutter, Scheiß. Red mal, red mal. Ich setz mich jetzt hier schon mal rein. Bruder, ich weiß, dass du mich hörst. Ey, das ist richtig. Du b***st mich da selber gerade drin. Du hörst mich mega gut. Mach mal diese Jungs. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz komischen Vibe, dass wir uns hier so ausziehen, so baden und so andere Leute, so wie Maik, uns so beobachten einfach dabei so. Also da sind 40.000 Leute, die euch dabei beobachten. Und ich bin das Problem. Ich ja. Wait, wir streamen das die ganze Zeit? Ey, Bruder, ganz kurz. Rasierst du die denn mit Füßen? Nein, nein, mach ich nicht. Du hast die so schlicht. Warum sollte ich hier rasieren? Sag mal warum. Weiß ich nicht für ein Look oder so. Was ist das für ein Scheiß-Look, Alter? Ey, das ist zu dunkel. Ne, so geht, so geht knapp. Ja, geht klar. Oh, wir machen ein ganz bisschen hell ab. Ja. Die Kamera kann das auch. Digga, Blatt gibt 7.000 für Kamera aus, aber Licht ist zu dunkler. Hä, was ist los? Wiener, du siehst so traurig aus. Du siehst hier irgendwie, als hätten die nochmal den Hut angerettet. Aus dem Hut, Alter. Ich bin immer happy gerade. Ja, no joke. Wie gerettet es dir? Also, die haben so jemanden gerettet, der so zwei Jahre in der Wildnis war. Ja. Und jetzt wird er so rausgeholt. Ey, jetzt spinnst du aber. Wiener, du brauchst ein Wubble-Bad. Warum holst dein Geschwistern Shampoo? Ja, du, noch ein bisschen Shampoo rein. Komplett rein, oder was? Ja, aber ich dachte, das ist nur so für Haare und so Shampoo. Nein, das ist auch für Körper. Hier drin ist sehr viel Körper, warte. Ja, nein, aber ich dachte, das ist so, das ist nicht so, macht ihr schön, schäumt auch so mäßig, ne? Ich glaub auch nicht, das ist dafür. Body Cleanser. Body Cleanser. Ja, aber das ist doch nicht hier, mit dem scheiß Wasser hier. Mann, das ist es doch gar nicht. Okay, dann wollen wir davon auch noch ein bisschen kommen. Guck, jetzt schäumen Sie schön. Ja, ein bisschen schäumen du. Was haben wir hier für Geschmacksaune, Meister? Ich mach gleich, ich mach gleich. Aber der riechst du gut? Ich weiß, ich mach noch einen. Wir machen den Lebensfreude auf. Nee, der ist scheiße. Ja, der ist scheiße. Du hast doch den eben, der da drin ist schon. Der war von gestern. Oh, der ist gut. Der ist gut. Das ist so Fichten, so Fichte-Birken. Ich mach dir einen. Okay. Ja, der füllt da Wodka rein. Nö, nö, nö. Mit den Mützen schaut ihr aus wie die Brüder, wie die Brüder von den Ludolfs. Digga. Warum hast du eine Mütze auf? Nein, Hugo meinte, ich soll die Mütze auflassen. Ja, das sieht cool. Nein. Hugo meinte, wir sehen... Ihr seht wirklich aus wie Ludos bei Wok-WM oder so. Halt rumspringen! Halt rumspringen! Hugo meinte, wir sehen so aus wie Österreicher. Ja, die Ludos. Und würdest du mir sagen, das ist die große Schwänze von Podcasten? Bro, das ist meine Freundin, okay? Hat die untere... EI 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 EI! Hat die untere Extremität... Halt dich bedeckt. Okay. Sie wollen fragen, ob sie mit darf. Nein. Sie ist ein scheiß Bär, Bro. Bro, bei diesem Ikea 100% Polyesterbär kann sein, die fängt Flammen, wenn die da in der Saal sind. Wirklich? Kann sein, die brennt einfach. Ah, nein. Kann sein, zu heiß, noch 100 Grad Flammpunkt. Sie zieht sich jetzt aus, Kamera weg. Ist das... Proportionen sind ein bisschen verrutscht im Körper. Ist das grandier. Die muss man, weißt du, was die man braucht, Bro? Guck mal, ich bin Arzt für so, äh, für so Bären. Die braucht ne Kur. Die braucht ne... Die braucht, äh, ne... Ne... Ne Wirbelsäulen... Wirbelsäulen-Relax-Massage. Und jetzt wird nämlich ihre Organe auch wieder ein bisschen verteilt. Boah, das trinkt was! Das trinkt echt gerade was! Guck mal, die freut sich auch voll. Was hat die für ne Stimme, eher so tief oder hoch? Frag sie selber. Oh, das ist ein scheiß Bär. Hey, was hast du für ne Stimme? Oh, wir hören die Stimme... Ein Blatt ist am Bauch reden, ne? Aber die sieht doch nicht so aus, die Papptasen, ne? Ne, sieht die auch. Sie schreit jetzt gerade. Guck, jetzt darf sie wieder zu dir. Das hier vorgestellt haben. Das hier vorgestellt haben. Und einen Typen, der einen Stoff mehr in die Sauna packt. Ich glaube, das haben sie sich gewünscht, ey. Ist doch schön! Das habe ich sich gewünscht. Dann macht die daraus nicht, dass das wirklich noch Feuer ist. Die brennt nicht Feuer! Die brennt nicht Feuer! Alter, aber die braucht vielleicht gammelig oder so. Die schrumpft vielleicht durch die Hitze. Digga, wieder du liebst das f***te Leben hier, ne? Ja, ich genieße sie damit. Komm, eine freistehende Bademann ist ja der Übershit, ne? Ja, das ist crazy. Warum ist das so viel krasser? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht. Es ist größer immer. Nein, nein, aber die könnten jetzt auch an der Wand stehen und so festgemacht sein. Das wäre nicht so geil. Genau, dann wäre sie schon wieder nicht so krass. Ich glaube einfach, weil ich bin in den Lumpen. Guck mal, allein, dass da so zwei Pflanzen stehen. Ja, check ich. Wieso filmst du das auf meinen Schwanz? Ne. Smartphones sind übrigens auch Technik. Warum streichelt mir der Ikea-Bär an meinem verfehlten Sack rumhoben? Super hoch. Tschüss. Basti und du haben es auf das HSV-TikTok geschafft. Oh, mit dem Rocketly-Clip, oder? Oh mein Gott, ist das krank. Das hier hat der offizielle HSV-Account gepostet. Kommt, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Kommt und rein. Schön. Let's go, auf den haben wir gebraucht. Yeah, 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 yeah. Auf geht's Hamburg, du. Jäger, ist das krank. Ey, real talk. Ja, real talk, das ist so ein Pornos-Set hier gerade. Jäger, das ist ein Pornos-Set hier gerade. Jäger, das ist ein Pornos-Set hier gerade. Bro, Bro, das hier ist ein Pornos-Set hier gerade. Okay, warte, wir spielen kurz ne kleine Pornos-Szene. Du musst aber raus, Dominik. Okay, ihr müsst jetzt ganz normal reden. Und Dominik kommt dann rein. Was ist meine Rolle? Ich bin der Handwerker. Ja, das hier ist ne öffentliche Männersaune. Öffentliche Männersaune. Und du bist der Handwerker, der hier was reparieren muss. Wir flirten gerade. Du bist die Frau. Wir flirten. Hallo, ist hier der Rohrbruch? Ja, hier ist der Rohrbruch. Die Damen brauchen ihre Hilfe. Ey, was ist das denn jetzt auf einen Fall? Warte mal, was ist das? Ey, ich hab hier noch mein Gesell mitgebracht. Wir müssen ja hier den Rohrbruch reparieren. Hast du den 25er Flansch dabei? Ich hab nur den 40er. Oh, Herr Hausmeister. Hallo. Oh, was haben Sie denn hier für eine Haare? Nein, ich bin ja hier zum Rohr reparieren. Was gehen Sie denn jetzt hier so ran auf einmal? Warte, ganz kurz, ganz kurz. Cut, ganz kurz cut. Bist du gerade ne Frau oder Mann? Okay. Weiter. Nein, jetzt zeigen Sie mir doch mal den Rohrbruch. Wo ist denn das Rohr, was verarztet werden muss? Zeigen Sie mir doch mal, es geht's gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist das krank? Ist das krank? Herr Gesell, übernimm Sie. Ist das krank? Ist das krank? Ist das kranke Scheiße, Digga? Und Cut. Boah, wirst du nicht zu mir gesellen? Hey, Baby. Oh, süßer. Du hast mein echtes Rohr, Sie? Oh, zeig mir dein echtes Rohr, bitte. Daddy. Ja, bist du da schon bereit für? Bist du auch mal? Ja. Hast du einen Kurzkill? Nein, das ist das Rohr. Digga, das Wasser ist so heiß, das dampft. Oh, das war grüßelig gerade. Ey, Tim, würdest du sagen, das ist die kalteste Scheiße, die du in deinem Job machen musstest bis jetzt, oder geht noch? Nee, ich glaube, an deine Scheiße kommt erst mal so schnell nichts rein. Ah stimmt, du musst meine Scheiße verschicken. Ja, stimmt. Das ist so true. Ich musste meinen Code verschicken. Alter, du sprichst überall nach Beneden. Bro, das ist dein Wartezimmer. Hier solltet ihr alles nass. Bro, dann stand dir Droski in zwei gerade, Digga. Wie denn, schau mal da runter. Bro, das soll doch hier nass werden. Ah, das soll so. Das soll. Das soll nass werden. Wir wissen viele. Ey, wir warten noch auf Miguel, dann gehen wir rein, oder? Wenn ihr das sonst machen wollt, ohne dass es hier nass wird, Leute. Oh mein Gott, ja, Wellness-Room. Ist das der Wellness-Room hier? Ja, ein Press-Room. Es wird nicht der Bügelraum sein. Und auch nicht der Maschmaschine-Room. Das ist ein guter Zeug, das ist ein guter Zeug. Okay, es ist 20.30 Uhr. Wer sagt das? Boah. Boah. Wer sagt das? Holy . Neuer Leak-Charakter. Neuer Leak-Charakter. Einfach um zu weit. Dann lass uns Musiker machen, oder? Können wir machen, ja. Mit dem Handy können wir sogar dranlegen, damit der Chat so lesen kann. Ja, ne, ne. Ja, ne. Wenn du so den Kackgeruch da... Steht die schon raus? Weiß ich nicht. Mach's dir schon raus. Deine Kackwurst. Bro, dann geh scheißen. Soll ich scheißen? Aber dann geht ihm auch nicht rein. Ja, riech doch auch die Sauna nach Scheiße. Ich hab das gefurzt. Ich rede mega nach Scheiße, geh scheißen los. Ja, okay, so. Aber bitte wasch... Fehler, Fehler. Oder bitte, bitte, bitte wasch deinen Arsch. Fehler. Ey, Bruder, ich geh einfach wieder. Weil ich geh kackt da. Ja, Bruder. Hey, Chat, Realtalk, wenn ihr hier jemandem im Raum trauen würdet. Ja? Für Aufguss. Dann wohl diesen Mann hier, oder? Digga, du siehst aus wie... No Job, wenn du in so einer Saunalandschaft arbeiten würdest. Keiner würde sich wundern, wenn du reinkommst. Realtalk. Bro. Ey, wenn du es unbedingt haben willst, würde er machen. Ah, Realtalk? Man hört doch. Ich meine, wir haben ja zehn Mikros dabei, ne? Wenn eins jetzt kaputt geht, haben wir immer noch... Eigentlich können wir machen. Stimmt schon. Das war ein Witz eigentlich. Mach mal Rock With You Part 2 von Lil Goddan an. Der ist massiv geil. Keine Songwünsche, Chat. Nein. Kai, danke auch für die drei. Ja, was geht dir jetzt ab? Handy-Stativ? Ja. Ne, was du gesagt hast. Keine Songwünsche. Achso, ja, ja. Dann zwei vielleicht noch auf Krampf hier unten sitzen. Ich muss dann irgendwie wählen, ne? Wie viele sind wir denn? Fünf? Sind wir fünf Leute? Gehen wir alle rein, oder was? Dann müssen wir jetzt... Wir sind vier und ein Saunameister. Ich stehe. Du stehst da vorne, ne? Einer steht. Okay. Ich hätte mich sehr lustig auf der anderen Seite. Kannst du lesen? Ja. Das ist übel geil. Okay, geil. Bro, zieh dir das hier rein. Wie geil ist das Handy? Das ist das Handy-Setup. Wir können hier. Passt? Ja. Komm rein. Okay Leute. Boah, Männer. Seid ihr ready? Ja. Also, ich hab euch das vorbereitet. Ich hab Lavendel. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Let's go. Wir machen den ersten Aufguss. Boah. So. Was haben wir denn hier heute? Wir haben Eukalyptus und Lavendel. Boah, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben 80 Grad. 80 Grad, Chef. Darf ich hier richtig böse einfahren lassen? Nein. Nein, Bro. What the **** Milan. Boah, Junge. Einer hat in Chat geschrieben, wir sollen Gay-Zeug machen. Und ich glaube, das ist gerade passiert. Wie geht's euch, Jungs? Uns geht's super. Sehr gut. Sehr gut. Chat, wir gehen danach in den Schnee draußen. Okay, Leute. Nächster Aufguss. Seid ihr alle cool? Wir sind alle bereit. Let's go. Oh, shit. Oh, der war... Der kommt an. Der kommt an, Alter. Der kommt an. Oh mein Gott, ja. Boah, der kommt richtig an. Alter. Bro. Oh mein Gott. Schlaf mich nicht. Das ist okay. Du musst ein bisschen an den Ecken fassen, Alter. Und fass jetzt nur hier oben an. So meinst du? Und da. Und dann macht so... So. So. So? So? Ja, aber nur die Ecken anfassen. Dann knallt's richtig an. Miguel Sauber Playboy. Ja, ja. Ihr bist Teil der Bühne. Ist der Typ mit den langen Haaren Single? Ich weiß nicht, ob du Wieland meinst. Oder Miguel? Der eine ist, der andere nicht. Miguel, du siehst ganz geil aus. Du siehst gottlos geil aus. Ja. Du siehst aus wie Jesus. Young Jesus, Young Jesus. Bro. Jesus, Lord. Mercy. Lord Jesus, have mercy on me. Ah. Ich geh nicht mit dir. Ich mach mal durch. Ich sag euch aber ehrlich. Die hätten das restliche Badezimmer 1 Meter kleiner machen sollen. Und die Saune 1 Meter größer. Oder? So länger. Ja, ja. Also guck mal. Weil das braucht man. So, das ist die letzte. Noch einmal tief einatmen, Männer. Tief einatmen. Ausatmen. Und beim nächsten Abgießer. Und jetzt tief einatmen. Muss da nochmal einfach. Schön die warme Luft rein in eure Lungen geraten. Ja, Mann. Baller den Scheiß rein, Digga. Oh, der kommt an. Der kommt an. Was soll ich euch sagen? Mach drei, mach drei. Der letzte. Ich glaub zwei reicht. Okay, zwei reicht. Mach halber. Hey Tim. Jo. Wie viel Grad zeigt der Ander? Wie steht das Grad? 77. 77? Jo. Das ist gelogen, 77. Hier steht 80. Wer ein Mann ist sozusagen. Wir lassen eine Minute noch durchlaufen. Und dann gehen wir raus in den Schnee. Gehen wir raus? Ja, lass rausgehen. 3, 2, 1, los! Kannst du das jetzt weg? Packen das ganze Ding? Ja. Ich mach Kamera, mach Chat. Ich mach Licht an. Ich mach Licht an. Okay, Männer. Kurzes mobiles Setup getten. Boah, das ist jetzt hart. Jetzt wird's hart, Bro. Jetzt wird richtig hart. Okay. Was ist das? Das ist Licht. Mach Handy. Licht? Puh. Warte. Ey, Männer, die Tür geht nicht auf hier, Männer? Du musst drehen, du musst drehen. Das geht nicht. Hoch, hoch, hoch. Hebel hoch. Klinke hoch. Ah. Okay. Ist das schon Schnee direkt? Boah. Oh mein Gott. Hat die Schlappen? Keine Schlappen. Keine Schlappen. Oh. Boah. Oh. Haben wir hier Licht? Okay. Ja, oder? Oh mein Gott ist das kalt. Sieht bei uns einigermaßen? 3, 2, 1. 1. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machst du das Gesicht direkt? Ja, Gesicht. Nacken, 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 nacken. Oh meine Füße. Oh mein Gott. Boah. Uuuuh. 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 Minder. Minder. Wir werden so aus der Putze rausklochen. Uuh. Ränder. Ah, huuuh. Uuh. Okay. Uuh. Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Uuh. Machst du das Gesicht? Uuh. 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 Oh mein Gott das Gesicht. Uuh. 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 Und den Cebo, den man mit dem Schnee mitnimmt, bis gleich ist das alles. Ey, wie soll denn die Karte machen? Dann warst du alles kaputt, was ich gerade gemacht habe. Boah, was geht da ab? Du bist ja egal, krass. Boah, krass. Holy, Alter. Resentiert eure Körper! Ey, sollst du mal eigentlich noch mal reingehen? Resentiert eure Körper! Mäller! Resentiert eure Körper! Der Wadewander auch. Resentiert eure Körper! Hier hoch und gehen die bisschen quasi über die Wadewander durch Gehirn. Oh nein, ich will nur Giga-Chat im Chat sehen. Wer was anderes spammt, ist ein n***er Loser. Alright, und alles anspannen auf drei! Giga, komm ran! Ich spann dich an, Digga. Die Männer. Die Männer-Spiele. Tag 1, Snowtrip. Ja, wir machen jetzt jeden Tag eine Sauna, Freunde. Ganz kurz ist alles okay? Das ist hier richtig traurig. Das ist ja auch so eine Cri-Scene. Boah! Das ist eine Cri-Scene. Das ist eine Cri-Scene. Das ist eine Cri-Scene. Ihr Hälsers aller machen. Ich bin gerade, ich schwirbel gerade. Ah! Ah! Was ist das? Ich bin angemichst! Ey, Hugo, sorry! Ich weiß, du kennst das nicht, aber das ist Shampoo. Boah, danke, Bro! Danke, Bro! Danke! Also, gutes Torwart, Bro! Digga, Hugo, du musst das Wasser auch in deinen Mund kippen, Bro! Du kippst es legit auf deine Brust! Das ist so geil! Digga, das ist so krank, wirklich! Mit den scheiß Crocs in der Wanne! Bro! Guck mal, dieser Wasserhahn strahlt ihm auch direkt auf die Eichel, Digga! Digga, aber das ist wirklich scheiße gelöst, muss ich sagen! Ich sag euch ehrlich, das war ein Highlight des Tages, Freunde! Ja, das war krass! Das mochte ich! Digga, und das war nur der Start! Ja! We just starten! Bro, wir sind noch nicht mal Snowboard gefahren, ne? Das ist so krass! Trotzdem war das so krass! Es kommt schon fast in einem Jahr hier, irgendwie! Das ist unsere scheiß Bude, Alter! Ich sag euch ehrlich, ich bin angekommen! Ich bin angekommen! Ey, wenn ich mir da oben einen wickst, hört das Mike und das Zimmer von dem? Mach mal den Auto wickst! Warte mal, willst du so einen Stöhner bei mir? Nein, 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 nein! Aber ich meine nur so das hier zum Beispiel! Hört man das? Nein! Dann wickst du so hart, dass man das hört? Ja, ja, ja! Komfort! Oh! Oh, Alter! Krass! Krass, krass! Mann, Bruder macht doch nicht auf die Eichel direkt, Digga! Hast du das Problem? Das ist so krass! Checkst du doch, wie ich das gerade mache? Das kommt in die Insta-Story! Leute, falls ihr heute den Stream nicht geguckt habt... Selber schuld, Alter! Dann seid ihr selber schuld! Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ihr habt was verpasst einfach! Na ja, was soll ich sagen? Ich hab keinen Schatz! Aber ich möchte euch ein paar Weisheiten geben fürs Leben! Wenn ihr denkt, oh nein, das kann nicht mehr schlechter werden! Sag ich euch eine Sache! Es geht immer schlechter! Immer! Und es wird auch schlechter! Ein paar Trolli-Bero-Wiege! Ja, mit meinem Boden treiben! Digga! Digga, das spritzt, das spritzt, das spritzt! Ja, sorry, sorry! Digga, das spritzt ihm jetzt! Aber nicht auf die Kamera! Aber auch hier drauf! Ey, darf ich ein bisschen Musik machen? Wer macht die Playlist? Chat-Handy, glaub ich! Ich habe hier einen... WLAN aufgemacht, das heißt... Fetter Schwanz! Ja! Das ist mein Starling! Ach so! Warte mal, warte mal! Was ist der Starling? Fetter Schwanz! Fetter Schwanz! Ja! Passwort ist Penis 123! Digga, warum sagst du das? Wo ist das denn? Das wird ja nie, ey! Hä, oder? Ich bin dumm, Dig! Ich werde mir das Hatsch haben! Wie dumm ist denn? Wo bist du so dumm? Ja, soll ich ihn so benutzen, Alter! Digga, das ist krank, das ist krank! Ja, was denn? Sagen, die benutzen! Also, ich finde zwei Sachen wild! Einmal das Passwort an sich! Digga, das 1, 2, 3! Für so ein 400 Euro Starling! Und dann, dass du es einfach... Voll wie so 30.000 Leuten im Stream sagst, Bro, das ist wild! Boah, ich fand mir das jetzt wieder... Hä, war das echt so... Ich glaub nicht ein U-Bastong an, aber... Du machst so Bateschlange, ja? Ja! Wie geht's euch da drin, Männer? We're cooking! Wie geht's euch? We're cooking! We're cooking? Wie lange seid ihr schon drin, ne? Keine Ahnung! Habt ihr mit Dings gemacht? Mit einem! Okay, geil! Man lebt! Digga, läst du überhaupt Wasser rein? Hast du den Schleppsel oben zugemacht? Ja, das geht die ganze Zeit auf! Warte, ich will einfach voll sein! Ja! Boah, das lebt, das lebt! Ja, das lebt ballert jetzt, ne? Deswegen... Gänse aus, Digga, Gänse aus! Schmeck rüber! Schmeck in jedes Gesicht rein! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Und jetzt jeder bütenes Gesicht! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Schmeck rüber! Der ist betrunken, betrunken! Der ist gekippt! Boah, ich bin nicht gekippt! Mir fällt nix mehr ein! Boah, ihr seid nicht... Ich weiß nicht, ihr werdet es vielleicht nicht fühlen, Männer. Die Extended Version ist die einzig richtige. Die andere ist die falsche Version. Schwule, das ist krass, ich hör nix! Was? Ich find dich übelst fresh! Du bist mega fresh! Ja! Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe, oder? Doch, du...